Hallo und herzlich willkommen auf iurela.de Wir schauen uns nun in diesem Video an, was die sogenannten Determinanten sind. Nun, Determinanten, das ist ein Begriff, der bei der Matrizenrechnung vorkommt. Das heißt, wenn man eine Matrix hat. Hier haben wir zum Beispiel eine Matrix mit 2 kreuz 2 Einträgen, also 4 Einträgen. Hier in der ersten Seite 1, 2 und dann 3 minus 1 in der zweiten Seite. Das könnte zum Beispiel sich aus einem linearen Gleichsystem ergeben. Wenn wir in der ersten Seite haben, 1a plus 3b und in der zweiten Seite zum Beispiel 2a minus 1b. Da könnte das herkommen. Nun, um solche Gleichsysteme zu lösen, aber auch andere Dinge mit Matrizen zu machen, dafür hat man Determinanten eingeführt. Determinanten, der Begriff Determinieren, das heißt entscheidend bestimmen. Das heißt, ich habe hier eine Matrix mit vielen verschiedenen Einträgen und ich möchte daraus eine einzige Zahl bestimmen. Und diese einzige Zahl, das ist die sogenannte Determinante. Wie bestimme ich das? Ich schreibe Det A, Abkürzung für Determinante von A und schreibe dann hin Det, also Determinante und die Matrix 1, 2, 3, minus 1 und dann gehe ich folgendermaßen vor. Ich nehme die Zahlen von links oben nach rechts unten und multipliziere sie mit einem positiven Vorzeichen. Das heißt, 1 mal minus 1. Dann nehme ich von rechts oben nach links unten den Weg und multipliziere sie mit einem negativen Vorzeichen. Das heißt, immer von links oben nach links unten ist positiv und von rechts oben nach links unten ist negativ. Das heißt, ich schreibe minus 2 mal 3 oder 3 mal 2. Was bekomme ich dann raus? 1 mal minus 1 ist minus 1. Minus 1 minus 6 ist minus 7. Das heißt, die Determinante, das heißt, die Zahl, die durch diese Matrix bestimmt wird, ist minus 7. Nun, was haben wir also? Wir haben also eine Funktion, die Determinante ist eine Funktion, die aus einer Matrix eine Zahl macht. Man könnte auch schreiben, die Funktion Determinante Det macht aus einer Matrix, eine Matrix ist ja mit Einträgen aus den Relenzahlen, aber nicht nur einmal, sondern immer N-Zeilen und N-Spalten, in unserem Fall 2 kreuz 2, also N kreuz N allgemein. Also aus einer Matrix macht ihr einfach eine Zahl, irgendeine Relenzahl, also R. Unser Beispiel war das gerade von R 2 kreuz 2, also einer 2 kreuz 2 Matrix nach R. Das können wir natürlich auch mal allgemein ausschreiben, wenn man das nicht nur für ein Zahlenbeispiel haben möchte, nennen wir einfach mal die beiden ersten Einträge A1 und A2 und die beiden anderen Einträge B1 und B2. Dann kann ich wiederum, genauso wie hier oben, sagen Det A ist dann A1 mal B2 positiv, also einfach nur A1 mal B2. Und dann hier auf der anderen Seite negativ, also Minus B1 A2. So haben wir eine allgemeine Vorschrift, wie man aus einer 2 kreuz 2 Matrix die Determinante berechnet. Nun, es könnte jetzt natürlich auch sein, dass wir ein gleiches System haben, wo nicht nur zwei Gleichungen vorkommen, sondern auch drei. Dann haben wir eine 3 kreuz 3 Matrix, die würde dann zum Beispiel so aussehen. Machen wir ein Beispiel. Determinante von A wäre dann Determinante einer Matrix. Da haben wir einige Werte, zum Beispiel 1, minus 1, minus 3, 2, 3, minus 2, und als drittes 4, 2, 5. Jetzt möchte ich hier von Determinante herausbekommen. Nun ist es nicht mehr so einfach, weil ich kann jetzt zwar hier 1 mal 3 mal 5 machen und das Minus 4 mal 3 mal minus 3, das reicht ja eigentlich nicht aus. Das heißt, wir hätten dann alle anderen Zahlen, die hier am Rand stehen, völlig ignoriert. Das kann es nicht sein. Der Determinante soll ja alle Elemente dieser Matrix mit eingeziehen. Das heißt, ich mache jetzt hier aus dieser zweiten Klammer eine gestrichelte Linie und schreibe die ersten beiden Spalten nochmal hin. Das heißt, hier 1, minus 1, minus 3, und dann nochmal 2, 3, minus 2. Und dann mache ich hier es zu. Und jetzt habe ich nämlich alle Werte mit einem Bereich bezogen, wenn ich dann wieder unsere schräge Linie mache. Das heißt, wenn ich hier wieder für den Positiven habe ich hier 1 mal 3 mal 5, 2 mal 2 mal minus 3, und 4 mal minus 1 mal minus 2. Da haben wir alle Werte mit einbezogen. Das heißt, wir haben 1 mal 3 mal 5, plus, weil wir immer positiv von links oben nach rechts unten, 2 mal 2 mal minus 3, und dann haben wir hier 4 mal minus 1 mal minus 2. Das haben wir alle positiven Werte abgedeckt. Jetzt kommen wir aber wiederum umgedreht die negativen Werte. Das heißt, wir haben diese, diese, und diese Berechnung vorzunehmen. Und die wiederum mit einem negativen Vorzeichen. Das heißt, minus 4 mal 3 mal minus 3, minus 1 mal 2 mal minus 2, minus 2 mal minus 1 mal 5. Das heißt, wir haben hier 6 Produkte, und die müssen wir jetzt alle zusammen rechnen. Das heißt, wir haben hier 15 minus 12, plus 8, und die negativen, das sind hier, die beiden Minus gehen raus. Das heißt, 9 mal 4 plus 6 und 30. Hier auch das Minus, verschwindet auch, plus 4, und dann hier verschwindet das Minus ebenfalls, 2 mal 5 ist 10, plus 10 also. Das können wir jetzt alles zusammen rechnen. Wir haben hier 3 plus 8 ist 11. 11 plus 50 ist 61. Das heißt, wir haben hier, dass die Determinante dieser Matix A, die wir hier vorhin hingeschrieben haben, gerade 61 ist. Nun, jetzt haben wir immer Werte gehabt, hier minus 7 plus 61, das heißt, es können positive wie negative Werte rauskommen. Es kann aber auch sein, dass bei der Determinante 0 rauskommt. Nehmen wir ein Beispiel, wir wollen die Determinante der Matix B, die gerade Eintragung hat 1,2 und 2,4. Dann mache ich hier 1 mal 4, minus 2 mal 2, das ergibt 0. Nun, wir sehen hier schon an der Matrix, wenn die Determinante 0 ergibt, haben wir eine ganz, ganz spezielle Matrix. Wir sehen hier gerade, ist die erste Spalte mal 2 ist die zweite Spalte, und die erste Zeile mal 2 ist auch die zweite Zeile. So etwas könnte man sagen, dass die Vektoren, die durch diese Matrix zusammengesetzt sind, gerade vielfachen voneinander sind. Gerade hier ist 1,2, das Doppelte davon ist 2,4. Immer wenn das der Fall ist, das heißt, das heißt, wenn wir ein gleiches System, wenn eine gleiche überflüssig wäre, was hier gerade ein Vielfachen der anderen ist, dann ergibt die Determinante 0. Das heißt, wir können schreiben, der hat B gleich 0, das heißt, wenn die Determinante 0 ist, dann wissen wir, dass die Vektoren, also die einzelnen Komponenten, die wir hier haben, oder auch die Zeilen, sind vielfachen voneinander. Man sagt auch, als Fachbegriff, sie sind linear abhängig. So, das ist so das Wichtigste, was man erstmal über Determinanten wissen muss. Weiteres erfahrt ihr in anderen Videos von uns. Schaut euch bei uns auf der Homepage vorbei, dort werdet ihr dann noch mehr über das Thema erfahren. Dankeschön.